So ihr Lieben, hier bin ich wieder mit einer neuen Folge und unser Warren hat ja gerade geschrieben. Danke, dass er mich von Nathan weggezogen hat, soviel zu den Affen rauslassen. Er hatte Brüge verdient, aber ich will nicht auf sein Niveau sinken. Früher oder später tritt ihn schon mehr in den Arsch. Du bist weise, Grashüpfer. Danke, aber ich bin nicht gerade der Held, den du nicht brauchst. Ein Held bist du trotzdem. Uns fehlen nur Kostüme, wo ich gerade dabei bin. Ich hoffe, du kommst heute zur Party, damit wir feiern können. Ich sagte mir falsch, wir brauchen. Cool, jetzt muss ich mich beruhigen. Ja, wir waren ja hier an dieser Scheune letztes Mal angekommen. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo was finde, wie wir da rein können. Die Spuren hatten wir ja auch mal angeguckt. Da ist ein Hörnzirn. Da ist ein Auto. Watson, wir können sicherlich sagen, dass dieses älteste Fahrzeug nicht unser Suspekt ist. Ja. Da ist ein Auto. Lächeln. Chloé, ich habe die vorbeige Tür gefunden. Komm schon! Ah, ja! Maximus-Rules! Gott, das ist echt zu Blair-Witch. Ich habe alles überrascht. Komm schon, Supermax. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry, Aaron, Prescott, and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescott spring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Yes, old Prescott clippings. But that can't be the only thing here. This tractor has paid its dues. Okay, there's no reason for anybody to drive out here. But there must be. Okay, there's no reason for anybody to drive out here. But there must be. Photo. Photo. Wow, sir. Talk about home on the range. Hm. Yeah. And then. There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. If a zombie shows up, I have my weapon. Huh. These hooks are used to lift haystacks. I saw them in a Friday the 13th movie. Okay. Okay. Ah, the good old days. So many haystacks. So few needles. Boing. Even Harry Aaron Prescott was into selfies. Watch us. Na. Hier draußen ist nix. Gut. Hättet ihr noch was sein können? Hm. Chloe would make a great detective, too. Hm. I guess the Prescott's were just born bastards. Sehr geehrter Mr. Lindon, ich schreibe Ihnen im Hinblick auf Ihre ausstehenden Schulden, die Sie zu ignorieren, beabsichtigen. Die Prescott's mögen keine etablierten Geschäftsmänner sein, aber wir sind Geschäftsmänner und erwarten, was uns gebührt. Wir fassen ihr Schweigen als persönliche Beladung auf und widmen daher unseren Familien Namen der Eintreibung ihrer Schulden mit 10% Zinsen und einer schriftlichen Entschuldigung. Wenn diese Bedingungen nicht bis zum 24. Juli im Jahr des Herrn 1903 erfüllt sind, werden wir Ihnen das Leben zur Hölle machen. Freundlichen Grüße. M.L.P. Gut. Ich habe nichts hier. Das ist hier Verdammt, viel Info hier Nur rotting wood Ja wo muss doch vielleicht eine Lücke sein Da vielleicht Was ist das? Okay Es ist völlig neu Warum? No Supermax, du kannst das nicht mit deinen Händen zu öffnen Halt Halt Okay Chloe Ich habe einen bestimmten Hatch gefunden, aber es ist geschlossen Ich habe es bekommen Ich hoffe Lass mich wissen, dass du eine Hilfe brauchst Ähm Das andere Ding war so dröse Da gibt es viele Infos hier. Es gibt keine Chance, dass dieses Rusty-ass-Button aktiviert diese Rope oder Pulle. Das war das nicht. Das gibt da eine Hose. Uh-huh. Und da die Plattform. Die Seite ist dein Service. Ich bin weg, Supermax. Ich bin sehr interessiert. Ah, das ist sehr gut. wo hier ist einer auf dem fuß gefallen denn hier oben komme ich alleine klar danke chloe so hier ist das seil finde ich ja mal geil foto was ist los was war das ach da unten ist die eule das anufogenes mit einem haben wir leider nicht gesehen das war in dieser einen garage wo ich war wo das vorhin geschloss war oh mann die steine haben wir auch nicht gesehen naja ist auch egal nein ich fahre nicht runter eine eule ja so dann wollen wir mal nein ich kann diese röpe nicht auszutauschen ich muss es an etwas schweres ich muss es an etwas schweres hängen doch die eule dran äh nein oh mann wir brauchen etwas schweres ja hier oben ist aber etwas schweres was soll ich denn jetzt da dran hängen was soll ich denn jetzt da dran hängen Max benutze den Rewind und den Motor wieder hoch ähm könnte nur machen oder so so jetzt habe ich ihn oben also den Motor und dann kann man Dinge da irgendwie anhängen so jetzt so jetzt ist es so jetzt so jetzt das ist so jetzt hier ist ich glaube das ist das ist so jetzt ist es ist Ah ja, diese Wort-Spiele. So, jetzt gehen wir hier wieder runter. So, Pfeiltür. Was haben wir denn hier unten? Was ist das, Jackpot? Muss ich überhaupt nicht sagen, wie weiss das ist? Er hat das. Wer hat dieses Kind gebaut? Ein Prescott, natürlich. Ob wir da unten ein Rätsel finden? Gute Frage. Das Bunker ist so surreal. Das ist zu schwer zu breiten, so ich brauche ein Code. Was haben wir denn hier bekommen? Zwei ist abgenutzt, viel ist abgenutzt, sag ich mal. Fünf ist abgenutzt. Ach, sind auch nur drei Zellen. Das kann ja auch alles möglich sein. Zwei. Vier. Fünf. Zwei. Nein. Fünf. Fünf. Zwei. Wie geil. Gut, wird gespeichert, das ist toll. Ja, was ist das? Keine Ahnung. Dann mache ich jetzt einmal Schluss und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mit Oliver Rekter hören wir uns wieder und sehen Clue wieder und so weiter. Bis dann, Bye Bye.